Es sind alle auf dem Eis, aber last but not least, einer fehlt noch, ein ganz besonderer Mensch, viele kennen ihn, ich gucke sehr gerne Football, mit Mike Stiefelhagen! Das Beste kommt zum Schluss! Ich dachte, das wäre cooler. Wir übergeben jetzt an dich, nicht auf dich. Ihr beide geht da hoch. Schön, dass ihr da seid. Gräfer hat, was geht ab? Macht mal Alarm! Ich hoffe, man hört das. Die Halle ist gut rauf. Ich würde gerne was testen. Ich mache was vor. Oh mein Gott, das wollte ich nicht testen, aber sehr schön. Ich mache was vor und ihr macht es nach, ja? Wow! 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 Ich sage Pete, ihr sagt Smeet. Pete! 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 Es wird so geil heute, ich habe Bock. Freunde, wir haben 16 Teilnehmerinnen aus YouTube, TikTok, Twitch Deutschlands. Das erste Team heute ist Team Pete Smeet mit Brammen, Jay, Maluna und Mango. Chat, mach auch mal einen Arm. Komm, Chat. Ihr auch. Das war schon nicht schlecht, das war schon nicht schlecht, ja? Nummer zwei ist Team Spandau mit Hand of Blood, Maxim, Silvia und Fischko. Team Nummer drei ist Team Edgar mit Papa Platte, Reese, Jody und Rumatra. Und jetzt Team Nummer vier. Golfi-Font mit Dylan White, der Keller Lisa Küppers und Dominic Keppeler. Jewika. Vielen Dank. Vielen Dank.